Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, wir sind auf dem Weg, um Gatflo zu besiegen mit Alan Shear. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier noch auf uns zukommt. Der Hof des Winters. Es muss schwer für euch sein, so vieles auf einmal zu verarbeiten. Aber ich muss sicher gehen, dass ihr euch darüber im Klaren seid, wer ihr seid und was ihr tun müsst. Es hat sich vieles verändert, seit ihr zuletzt hier wart. Diesmal wird es nicht so leicht sein. Und ihr seid schon beim letzten Mal gestorben. Äh, was ist hier noch? Wer war ich? Ich denke, ich bin bereit. Was geschieht, wenn Gatflo tot ist? Was ist hier noch? Ach, sie ist eine Kreatur mit unermesslicher Macht, ein Drache. Aber sie ist nicht einfach nur eine Ex aus irgendeiner Kindergeschichte. Ihre Macht kommt ja von Göttern gleich. Vor tausenden von Jahren wurde sie hier in Amethyn von den alten Alpha zwischen dieser Welt und der Welt der Magie eingesperrt. Und dort ist sie wahnsinnig geworden. Als ihr Gefängnis im Laufe der Zeit jedoch schwächer wurde, war sie in der Lage, Gatflo zu verführen. Er sollte ihr helfen, genügend Macht zu sammeln, damit sie sich befreien konnte. Und wenn sie wirklich vollständig entkommt, wird dies das Ende allen sterblichen Lebens bedeuten. So wird sich Tier noch für zehntausende Jahre der Gefangenschaft rächen. Aus diesem Grund widmen Leute wie ihr und ich ihre Leben der Aufgabe, Tier noch vor der Welt verborgen zu halten. Wer war ich? Was geschieht, wenn Gatflo tot ist? Jeder, der die Wahrheit über Tier noch kennt, wird tot und Tier noch selbst wird wieder eingesperrt sein. Und wir können zu unserer Aufgabe zurückkehren, dieses Wissen geheim zu halten. Zumindest, wenn ihr euch dafür entscheidet, dieses Leben wieder aufzunehmen. Solltet ihr euch jedoch weigern, werde ich dafür sorgen müssen, dass ihr die Wahrheit über Tier noch niemals erzählen könnt. Es wäre mir natürlich lieber, wenn es nicht dazu käme. Aber ihr hättet dasselbe getan. Ihr scheint mich zu mögen. Diesmal werde ich nicht verlieren. Ich weiß, ihr würdet mich nicht töten. Ähm, ich versuch sie mal zu überzeugen. Ha! Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich zu verlieben. Genau wie ihr. Aber ich vertraue euch das Schicksal meiner Welt an. Es mag euer Herz nicht zum Pochen bringen, das zu hören, aber es wird euch genügen müssen. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Äh, okay. Wir haben den Hof des Winters erreicht und ich habe keine Ahnung, ob wir das jetzt hier wuppen, weil... Naja, mit den Tränken, die ich habe, kann ich es versuchen, aber... Hm. Weiß nicht. Mal gucken. Hallo. Ihr begreift es nicht, oder? Wie macht ihr? Ja. Zurück in dein Gras. Was? Wer ist denn jetzt der Richtige? Das ist ein Ende. Äh, was nehmen? Oh oh. Diese Dinger auf dem Boden sind nicht gut. Mann. Ja, so wird das nix. Hallo. Machen wir es so. Komm. So kriegen wir ihn wenigstens ein bisschen schneller klein. Mann. Ah! Mann. Erbärmlich. 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 Geht doch. Eine Illusion? Wenn Gatfloh nicht hier ist, muss er sich irgendwo tiefer unter der Erde verstecken. An irgendeinem Ort, der näher an der Quelle des Prismäer liegt. Wir müssen näher an Tier noch heran? Das war schon fast zu einfach. Ihr müsst nicht versuchen, mich zu beeindrucken, wisst ihr? Nicht mehr. Außerdem wird unsere Zeit knapp. Welchen Pakt Gatfloh auch mit Tier noch geschlossen hat, er beginnt sich für sie auszuzahlen. Und wenn das geschieht, wird die Welt ihren Zorn zu spüren bekommen. Und jetzt muss ich zu Ternoch? Sie ist tief in Amityn eingesperrt. Aber Gatflohs Krieg hat ihre Fesseln geschwächt. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Wenn sie freikommt, ist unsere Welt verloren. Okay. Im Herzen Alabastras liegt die einstige Dunkelfeinstadt Bail. Und dort, unter dem Hof des Winterkönigs, befindet sich die Höhle von Amityn. Sie ist ein Ort von gewaltiger Macht. Sie ist der Ort, an dem Tier noch eingesperrt ist und an dem ihr gestorben seid. Gatfloh hat irgendwie eine Möglichkeit gefunden, Tier noch zu erreichen. Vielleicht war aber auch sie in der Lage, in seinen zerstörten Verstand einzudringen. Sie bot ihm Macht an und mit dieser schuf er die Tuata. Kein Wunder, dass Gatfloh sie für einen Gott hält. Wir waren zwei der Auserwählten, die Tier noch vor der Welt verborgen halten sollten. Jeder, der zu viel herausgefunden hatte, musste sterben. Aber als Gatfloh sie fand, wart ihr diejenige, die sich freiwillig dafür meldete, ihn zu töten und Tier noch erneut einzusperren. Obwohl euch das Schicksal zum Scheitern verurteilt hatte. Wir mussten alle Register ziehen, um euch beim ersten Mal hierher zu bringen. Und dennoch seid ihr gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhattet, wieder ins Leben zurückzukehren. Aber so wie ich euch kenne, würde es mich nicht überraschen. Schicksal. Ein guter Freund hat mir mal Folgendes gesagt. Versuche immer, das zu sein, was du sein willst. Das Schicksal mag eine Lüge sein, aber wenn es das nicht ist, wird es nicht das Geringste ändern, sich Gedanken darüber zu machen. Hm, ist was dran. Tier noch. Ventrinio hatte recht. Tier noch ist kein Gott. Aber sie besitzt beinahe so viel Macht und ist für die Welt mindestens ebenso gefährlich wie jeder dunkle Gott. Ihre Kräfte haben Gatfloh von einem Narren zum Kriegsherren erhoben. Und im Gegenzug sollte seine Armee ihr die Möglichkeit bieten, diese Welt zu betreten und sie zu vernichten. Mhm. Und das letzte, Tuata. Die Tuata sind eine radikale Sekte von Feien aus dem Hof des Winters. Angeführt von Gatfloh und seinem wahnsinnigen Geschwätz über ihren neuen Gott, haben sie die Macht ergriffen und den Sterblichen den Krieg erklärt. Sie nutzen Ropriss mehr, um ihre Macht zu vergrößern und ihre Ergebenheit grenzt schon an Wahnsinn. Das Erschreckendste für die Feien ist jedoch schlicht die Tatsache, dass sich ihre Geschwister so sehr verändert haben. Hier entlang. Mhm. Bevor ich das mache, wir sind ja hier beim Hof des Winters, gucke ich mich nochmal um nach Kisten. Die habe ich schon im Hintergrund, schön blitzen den Wintersrast. Okay. Dietrich, kriegen wir hin. Auf mit der Kiste. Voila. Funkelnde Schutzscherbe. Mhm. Ja, ich habe keinen Quest. Achso, die habe ich nicht. Das mache ich auch mal auf. Okay, alles. Okay, gucken wir mal, was wir Neues haben. Ähm, ne, 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 äh. Ja, okay. Lanzenreiter-Bogen, Langbogenkuss der Natur benutzen wir jetzt gerade. 103,55. Ne, der ist nicht besser. Dann packe ich den mal aus dem Plunder raus, haben wir ein bisschen mehr Platz. Was ist mit Rüstung? Helm des Eisschutzes. Und wir benutzen gerade den Entzünder, wie man sieht, sieht er jetzt so aus. Sieht, ja, wo, gewöhnungsberechtigt, wie so eine Kapuze, so ein bisschen, so sieht das Ding aus. Aber, aber ist ja nicht schlecht, was wir da tragen. Natürlich gäbe es Besseres. Wenn ich denn mehr Macht hätte, könnte ich auch andere Sachen tragen, hier wie von dem, ähm, von den ganzen, ähm, goldenen Set-Teilen zum Beispiel auch was tragen. Aber so geht es halt leider nicht. Und dann ist das so, packe ich den jetzt weg oder packe ich den nicht weg? Ich, ich meine, 148 ist schön, aber da fehlt mir auch Macht und Eisresistenz und ich weiß nicht. Und dann würde ich eher einen anderen, glaube ich, nehmen. Ja, dann packe ich den auch mal weg. So, Konsumgut okay. Und dann das Reparatur-Kit nehme ich gerne auch nochmal mit. Dann können wir jetzt nach dem Kampf wieder ein bisschen was reparieren. Das geht ja auch nach und nach immer schrotti. Und da geht es, glaube ich, dann zurück, wenn wir überhaupt zurück können. Ich, ja, keine Ahnung. Hm. Ich gehe mal hier jetzt weiter, hinter Ellen her. Tiernoch wird tief in Amityn gefangen gehalten, aber ihr Gefängnis wird immer schwächer. Was ist da an der Ecke? Können wir ja auch noch was mitnehmen? Ach so, hier kommen wir wieder zurück, okay. Warte, ich benutze mal das Reparatur-Kit, wenn wir schon dabei sind. Weil, ja. Ähm, die gelehrten Chakrams benutze ich gerade nicht. Dann mache ich mal meinen Bogen besser, genau. Dann ist der wieder heile. Ellen! Boah, und ich speichere auch mal, weil ich hab ein bisschen Schiss vor der. Ist ehrlich. Äh, Quest. Ist das denn jetzt was anderes? Oder, nee, wir sind doch bei der Abrechnung. Die Abrechnung. Ah, mit Hünen. Okay. Kommt man hier auch irgendwann mal wieder weg? Ich kann Tiernachs Blick auf uns spüren. Ich würde gerne mal irgendwann wegkommen. Was? Die Zeit ist gekommen. Was? Sie hat einfach nur Tier noch erwacht. Wir müssen uns beeilen. Okay. Gehen wir. Oh, Panik. Action. Äh. Piste. Schwer. Was ist drinne? Mana. Hm. Normale Heiltränke, Leute. Normale Heiltränke. Das kann... Ja. Hier entlang. Hier entlang. Ich zeig dir doch hier eh gerade den Weg. Oh, die fesselt mich immer so. Oh, eine Bandruhe. Ob ich das schaffe? Wir dürfen nicht zulassen. Das Gartflot hier noch befreit. Versuch's mal. Aha. Scheiße. Und nochmal. Ja. Sehr gut. Und natürlich kriege ich keinen Trank. Dafür habe ich sie nicht gemacht. In der Hoffnung, dass ich es schaffe, einen Trank zu ergattern noch, bevor wir hier in den Mega-Kampf gehen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair, dass man jetzt vorher nicht nochmal irgendwie gucken durfte. Ja, Mann. Ich will immer wachen an Dingsen. Du hast nicht genug Platz. Aufheben, Langbogen. Was haben wir denn hier? Schatzsack. Ja. Wird schon alles nicht besser sein? Was soll da schon besser sein? Okay. Hört nicht hin! Ihr seid die Einzige, die die Macht besitzt, sie aufzuhalten. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich habe hier so einen Hammer und ein Schild. Das Schild würde ich gerne mal nochmal gucken. Kann ich das nicht aufnehmen irgendwie? Rüstung. Kann ich da nix... Was habe ich denn jetzt aufgenommen, was hier neu sein soll? Achso, ja. Stimmt. Da war noch was. Oh, das ist natürlich gut eigentlich. Aber die... Aber das möchte ich eigentlich gerne behalten. Aber kann ich irgendwas anderes loswerden? Hier die Robe zum Beispiel. Ich meine, ich finde die Robe toll, aber... Schwierig. Ich mag gerade eigentlich gar nix. Und wenn wir einfach mal wieder so ein bisschen was schlucken hier. Hier Magierintelligenz. Und ein Stahlvorhang. So. Sekundär. Können wir da noch irgendwas wegpacken? Vielleicht von den Dolchen? Prismerdolche 64, 120. Die sind doch nicht besser als das, was wir jetzt haben. Die sind sehr schnell, aber es sind die anderen auch. Dann packe ich die weg. So. Auch wenn die tolle Fassungen hatten. Keine Frage. Und... Jetzt gucke ich mal hier bei... Wieso eigentlich... Ich wollte das doch nicht. Ich wollte das Schild. Und das war jetzt auch Panne. Tier noch erwacht. Hier entlang. Nein. Das wollte ich. Ja. Wir wissen, wie das Schild nämlich ist. Ob das besser ist als das, was ich jetzt gerade benutze. Hat natürlich auch wieder voll viel Macht. Ja. Dann nicht. Dann nicht. Okay. Gut. Ab mit in den Plunderkram. Und jetzt labert sie wahrscheinlich gleich wieder. Und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob wir das schaffen. Und ich habe, wie gesagt, eine bessere Verwendung für euch. Und ich habe, wie gesagt, es gibt euch dann eure Rolle zu spielen. Ah. Bärmlich. Hallo. So, sieht es nämlich aus. So, schön, dass wir so viele Dinger hier haben, damit wir das auch weiter versuchen können. Als ob ich es wüsste. Wüsste. Ja. Hallo. Hallo. Ey. Ey. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wie viele Dietrich hier denn noch? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Mach auf. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Verstehe ich auch nicht. Nervt aber. Oh, jetzt habe ich das auch wieder mitgenommen. Den blöden Hammer. Brauche ich alles gar nicht. Ja. Oh, da ist noch was, was ich sie nicht gefragt hatte. Splitter des Schicksals oder so. Noch ein Schild. Faustschild. Ich habe ja das andere auch schon jetzt gerade aus Versehen wieder mitgenommen. Kann ich auch hier jetzt eben gucken. Ah, hier. 101. Nein, aber das ist nicht besser. Also vom, vom... Hm. Ich hoffe, meiner hält noch so lange, mein Schild. Oh, ich hoffe, mein Schild hält noch so lange. Ja. Ja, das ist blöd, dass hier die... Ach, die geht wenigstens auf. Ja. Immerhin. Wir finden ja jetzt hier alles Mögliche. Zum Beispiel neue Schüchen. Die benutzen wir gerade. Die kann ich eh nicht nehmen. Und die finde ich auch nicht besser. Hm. Okay. Okay. Schade. Tränke. Tränke. Wieso muss Tier noch geheim bleiben? Es gibt in dieser Welt Dinge, die einfach verborgen bleiben müssen. Wenn die Macht der Drachen allgemein bekannt würde... Nun ja. Ihr habt gesehen, was hier geschehen ist. Gadflor hat nur einen Bruchteil ihrer Macht an sich gerissen. Und doch hat er den großen Kreislauf der Feiern gestört und einen Krieg geführt, um alle jungen Völker auszulöschen. Allein dadurch, dass ihr ihre Macht nur gestreift habt, wurdet ihr von den Fesseln des Schicksals befreit. Und wenn es euch gelingt, diese Freiheit gegen sie einzusetzen, wird sie keine Macht mehr über Amalur haben. Was wird mit mir geschehen? Etwas wie ihr hat nie zuvor existiert. Und wie immer gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wie eure Zukunft aussehen wird. Wenn ihr siegt, könnte es das letzte Mal sein, dass ihr das Schicksal der Welt verändert. Doch selbst wenn ihr ins Gewebe des Schicksals zurückkehrt, nachdem Thirnos Einfluss aus dieser Welt verschwunden ist, so wird dies doch ein weitaus besseres Schicksal sein als jenes, das uns ihre Freiheit bringen würde. Hm, ich werde das Geheimnis bewahren. Ich verspreche überhaupt nichts. Schwierig. Also irgendwie ist mir das immer noch nicht ganz klar, warum das unbedingt geheim gehalten werden muss. Und weiß ich nicht, wenn irgendwas Böses auf der Welt existiert, sei es auch mit irgendwelchen Geheimnissen verwoben, dann weiß ich nicht, ob das überhaupt gut ist, sowas immer geheim zu halten, weil es ist ja auch was Böses. Und wenn wir das jetzt besiegen, ist es ja auch doof, dass wir nie darüber reden können. Ich weiß aber auch nicht, was ist, wenn wir jetzt sagen, ich verspreche überhaupt nichts. Keine Ahnung. Ich meine, wer weiß auch über uns Bescheid? Also unsere Person jetzt hier so, ich meine, wissen ja auch irgendwie alle immer, wer sie ist und ja, warum so ein Hehl machen. Was soll ich denn jetzt antworten? Ich verspreche überhaupt nichts oder ich werde das Geheimnis bewahren. Ja, ich sag einfach mal, ich werde es bewahren, einfach um sie jetzt milde zu stimmen. Ja, das gefällt mir zum Beispiel überhaupt nicht, dass sie mir jetzt droht. Also, hmm, könnt ihr mir irgendwie helfen? Nichts auf der Welt ist dazu bestimmt, hier noch aufzuhalten. Deshalb seid ihr die Einzige, die überhaupt eine Chance hat. Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass ihr sie auch ergreift. Hier entlang. Okay, ich werde ihr im nächsten Part folgen. Weiß nicht, ob ich mich damit wirklich so wohl fühle, dass ich jetzt gesagt habe, ich werde das Geheimnis für mich bewahren. Nach ihren Drohungen denke ich mir immer, weißt du was, ich verspreche gar nichts. Hätte ich vielleicht mal das doch noch eher beantwortet oder vielleicht war es auch gut, weil sonst hätte ich mich mit ihr jetzt noch anlegen müssen. Und eigentlich mag ich sie, eigentlich mag ich ungern sie als Feindin auch. Warum nicht, weil ich jetzt irgendwie Schiss vorher habe, sondern einfach, weil sie eigentlich immer auf unserer Seite war und ein sympathischer Charakter war und das halt irgendwie schade halt wäre. Aber wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis dann.